hallo video bilder spiegeln ich bin im verzeichnis videos habe hier zwei dateien zum einen eine video datei a.o.g.v und zum anderen eine bilddatei s.jpg wie kann ich diese bilder nun spiegeln ganz einfach ich öffne ein terminal wechsel ins verzeichnis videos mit cd lehrzeichen videos enter mit ls lehrzeichen l lasse ich mir alle dateien im verzeichnis anzeigen und jetzt kann ich die horizontale spiegelung erstmal durchführen mit ffmpeg leerzeichen minus i jetzt kommt die input datei a.o.g.v das video leerzeichen minus vf für den videofilter der heißt in diesem fall hflip für die horizontale spiegelung leerzeichen und jetzt kommt die ergebnis datei die nenne ich einfach mal b.web m das ergebnis kann ich mir auch gleich anschauen mit dem video player ich mache einen doppelklick auf die ergebnis datei okay das geht natürlich auch mit einem bild so gebe ich hier schreibt a.o.g.v einfach den namen der bilddatei ein s.jpg wäre das und die ergebnis datei nenne ich auch anders einfach hier mal b.jpg das war die horizontale spiegelung das geht natürlich auch vertikal eine vertikale spiegelung führt man durch mit dem videofilter vflip und das gleich nochmal mit dem bild ok ciao und viel glück ok